Und zurück zu The Last Guardian Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und es geht auch gleich spannend weiter mit der 11. Folge Und ich hoffe mal dass uns Trico jetzt rettet Okay ich glaube ich kann mich fallen lassen Und Trico komm What the fuck Okay Und weiter geht's nochmal das Ganze Ich hätte gedacht dass er mich noch schnappen tut aber Er wollte nicht Er wollte nicht Weißt du dass man so nett Lässt die Spiegel runter dass er keine Angst mehr hat Und das macht er Lässt mich einfach sterben Okay nochmal das Ganze Sooo schon sind wir wieder da Auf ein neues Okay ich kann ja auch gar nichts machen Komm Baby Muss sie sich vielleicht erheben erst Okay lass mal los Schaut schon mal besser aus Los pack zu Okay Alles klar Keine Ahnung warum er vorher nicht zugepackt hat Ich hab jetzt What the fuck Okay Okay Wie Gut dass du so langen Spanns hast So jetzt hoch hier komm So jetzt müsste er eigentlich rumkommen Ich weiß nicht ob es noch Spiel war Ich glaub ich hab irgendwo noch einen gesehen gehabt Ich glaub es waren insgesamt drei Aber jetzt Schaut's so aus Ich kann auf jeden Fall mal da hoch Okay Alles klar Jetzt komm Zieh Wo hab ich noch einen Spiegel gesehen Da Okay Zwei noch Alles klar Okay Okay Geht jetzt weiter Gehst du rum? Gehst du nicht rum? Okay, er geht rum Da geht's auf jeden Fall schon mal hoch Komm, du weißt vorhin, ich musste das gar nicht sagen Hoch mit dir, komm Zieh Sehr gut Okay Dreh dich mal um Dreh dich mal um Und da hoch, komm Okay, da ist noch ein Spiegel Weiß nicht, ob er jetzt noch so weit hoch geht Schaut schon so aus Okay Geht muss nur auf die Brücke Geht auf die Brücke, komm Brav Oh nee What the fuck Oh scheiße Mach was, komm Baby Mach was What the fuck Oh scheiße Scheiße Nein Scheiße Sind wir tot War es eine Zwischensequenz Okay, aber der hat schon mal ein bisschen krasser ausgeschaut Die hat auf jeden Fall irgendwie so eine Rüstung gehabt, so eine Panzerung vorne an der Schnauze Okay, wir sind im Baum drin, wir hängen hier irgendwie fest Wo ist unser Tirico Okay, wir kommen hier anscheinend nicht weg Wo ist denn unser Oh nee, oder Zappel einfach mal ein bisschen Geht anscheinend gar nichts Die muss doch schon lange mal reißen hier Vielleicht könnte man schwingen oder so Komm, helf mir Mei, oh mei, oh mei Du machst auch was mit Mei, man, man, man Helf mir Komm, Baby Oh, die hat nicht mehr viel Kraft Oh, sieht doch gar nicht gut aus Ein Auge ist komplett zu Oh, wie heißt das? Oh Eieieieiei Eieieiei Okay Kommt ihr nicht mehr hoch Ich kann aber auch nicht irgendwo hin fassen hier Ganz vielfältig bricht der Ast ja auseinander irgendwie Nö Ah Es geht gar nichts leute Nö Nö Es geht daher nichts Hm Hier ist aber auch nichts irgendwie in der Nähe Nö Nö Es geht daher nichts Nö 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 Rrrr! 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 Yadiel! Ah, sprüng doch da hoch, komm jetzt! Rrrr! Yadiel! Rrrr! Zirik, geh! Yadiel! Eyyy... Yadiel! 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 so wahnsinn das hat wieder ewig gedauert so ok haben wir das schon mal geschafft haben wir doch mal fünf minuten verkackt deswegen auch werde ich die parts auch länger machen ich habe es in einer anderen folge schon gesagt weil sonst könnt ihr euch immer angucken wie ich gerade fehler wenn man ja nicht dann wo bin ich denn jetzt hier hier so machte musst du hier runter oder nicht da geht es nicht weiter ok spring runter kommt spring runter ok alles klar so ok gehen wir runter schauen wir uns mal den raum hier an ich erkannte diesen ort wir waren durch die decke gestürzt und hier gelandet ok das ist der raum mit dem blauen fass da ok schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um gibt es hier irgendwas ich glaube dass der mal irgendwie was zum fressen braucht oder so das hier ein bisschen zu kräften kommt schauen wir mal ob wir hier irgendwas finden können wir eigentlich mal hier raus gehen weil wir kommen ja hier durch das hier irgendwo fässer oder sowas hier ist nix das ist eingestürzt anscheinend ok hier ist nix das ist eingestürzt nix hat er mich sehr gut die kohle die kohle die satan auch daran ok ich habe ja nicht mal eins gefunden ich habe ja nicht mal eins gewonnen Mensch da ist ein fass ok alles klar dann können wir eigentlich doch rüber wo schauen wir das fass hier rüber kriegen ok schauen wir erstmal hier hier lang wo wir das fass lang tragen müssen hier hoch da hoch da oben könnte es vielleicht was sein ok nehmen wir es mal schauen wir mal ob wir da hoch kommen ach scheiße jetzt ist irgendwie ein weg ich mache es mal da hoch ok geht nicht ich schaue mir jetzt erstmal den weg genau an wo wir den fass lang könnten hier geht es nicht weiter kann man hier lang no wir müssen auf jeden fall hier hoch ok kann ich jetzt mal ganz da rüber schmeißen ok ging doch sehr gut so da werden wir nicht rüber kommen wahrscheinlich ich glaube wir müssen es erst da rüber schmeißen ok geht wenn ich es jetzt hier rüber schmeiße muss ich aber ganz schnell da rüber jumpen ok geht geht und jetzt schmeiß da rüber komm komm nein mei ok nochmal das ganze schrauben wir ganz hier rüber ne nein bleibst du hier neiii bleibst du hier neiii ja ich komm hier schon Ah super endlich, hab's wieder tollen gekriegt. Ich muss hierbleiben. Ok. Schnapp dir das Fass, komm. Nein, was ist denn das? Für ein Scheiß. Maaaann. Nein, nervt das. Das nervt wirklich jetzt. Ok, nochmal. Na geh halt hier hoch, Mensch. So, jetzt geh mal ganz hier oben rauf. Und jetzt schmeißt es da rüber ins Flippier aus. Nimm das Fass jetzt. Ok. Oh, ey. Schwierige Geburt. Zeig mal was da oben, die über eine blöde Tür offen ist. Ok. Hier schon mal wieder so ein... Das können wir nochmal wegheben. Mach das auf. Oh. Kann man nicht runterfallen, bitte. Ok. Wo ist er denn? Friss. Ok. Ok. Der, der, der kommt zu dir. Ui. Yep. Ok. Friss, komm. Ok. Ok. Musik. Ich muss eine beste fange drauf. So, geht's weg? Okay, haben wir unten das Loch. Jetzt sind wir da hoch. Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? 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 Jump! Okay. Wieso? Wurzeln? Okay. 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 Okay, das geht wieder runter. Okay, da wird es weitergehen. So, schnell in die Renn, los! Sehr gut. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Schauen wir mal, die nöden Rüstung irgendwie da weg, ob man das eher reinspringen kann. So, jetzt sind wir hier. Da oben stehen die. Jumpen einfach mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob man nur unten lang gehen kann. Aber runter können wir immer noch, aber wir können dann anscheinend nicht mehr hoch. Okay, komm hoch. Okay. 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 Okay, da sind Kletterpunkte. Okay. Nice! Das ist ein Schmarrn! Das ist jetzt nicht weit vorne, wie er anfangen muss. Okay. 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 Okay, nochmal. So, positionieren und rüber mit dir. Okay. Und rüber. 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 So. Läuft. Läuft. Läuft, 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 läuft. Und rüber. Das muss ich mal da rein gucken. Und, was machst du denn du? Oh, Gott. Eins, zwei, drei, vier. Ei, ei, ei. Okay, scheiß drauf. Jetzt lassen wir es hier machen, wir müssen. Muss ich anstürmen? Anstürmen, okay. Ich hau doch gar nicht hin, Mensch. Geht doch gar nicht, Mensch. Ich hau doch gar nicht hin. Mal schauen, ob ich die anderen Penner irgendwie runterstubsen kann. Ja, baby. Was für die Teorico. Das ist die richtig satt. Okay, dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwie ein Fässchen gibt. Ein kleines Legally. Schaut aber nicht so aus. Derika! Hier machen wir erstmal hier durch. Gibt es hier noch irgendwas? Okay. Hier wird nischt. Hier wird nischt. Okay, das heißt... Wir können... Können. Eeeh! Können wir wieder hoch springen? Schauen wir mal, ob das weitergeht hier. Können wir wieder hoch springen? P ist das jetzt? Ja? Das war's für heute. Okay, hier geht nischt. Ich will nicht. Na Leute, ich hab was gesehen. Warum sind hier... ...komische Köpfe. Und da hinten sind kopflose Ritter. Das probieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht gibt's irgendwie ein Secret oder sowas. Theoretical ist er eh hier. Das heißt, wir können den gleich wegballern. Okay, alles klar. Mach dir mal fertig, komm. Mal gleich in den nächsten Kopf. Okay, 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 okay. Vielleicht gibt's hier wirklich ein Secret oder sowas. Weil warum... ...sind hier Köpfe und die Kopf los? Vielleicht wird da irgendwas freigeschaltet damit. Und den Kopf ja noch. So, mach mal den letzten. Platt. Ruhig. Ruhig, mein Kätzchen. Einer ist noch da. Bitte nicht mich schlagen. Das geht. Okay. Okay, got it. Okay, das ist dann. Okay, alles klar. Sehr gut. Gehen wir uns gleich mit. So, okay. Hat der aber was zum Fressen nochmal? Gehen wir uns gleich mit. ist was kommt beruhigen So, okay. Nimm das Fass. Komm, nimm das Fass jetzt. Jetzt komm, friss. Friss. Ah, geht doch. Okay, Leute. Wir sagen, wie es dann weitergeht. Schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen wäre, würde ich mich natürlich über den Daumen nach oben freuen. Oder auch über ein Abo. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.